Im Führerhauptquartier, der Führer mit dem Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop. Generalfeldmarschall Keitel und Generalfeldmarschall von Weix. Der japanische Botschafter General Oshima. SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Sepp Dietrich und General der Artillerie Jodel. Generalfeldmarschall Milch und rechts im Vordergrund Reichsarbeitsführer Hirl. Der Reichsmarschall mit Reichsminister Speer. Großadmiral Dönitz. Reichsminister Dr. Goebbels. 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 Vielen Dank.